Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Halo The Master Chief Collection Episode 4 in diesem Fall, weil wir jetzt mit Halo 4 beginnen. Ja, wir haben alle anderen Teile bisher durch. Also 1, 2, 3, 3 ODST und Reach. Ha, den 4er. Den habe ich auch bis jetzt nur einmal wirklich durchgespielt. Bei weitem nicht so viel wie die anderen. Und das ist der erste Teil, der nicht mehr von Bungie gemacht worden ist, sondern von 343 Industries. Wobei, war Reach auch schon? Ich glaube, bei Reach war der Übergang. Kann sein, dass Bungie da noch ein bisschen was mitgeholfen hat und das bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Müsste ich nochmal nachlesen. Ist auch schon ein bisschen her. Zählt es mir nach. Aber wir beginnen. Zuletzt sind wir ja bei der Forward Until Dawn. Hieß, glaube ich, das Schiff, das wir mit dem Arbiter bestiegen haben, um von der Arche wegzukommen. Oder eher gesagt, den neu gebauten Halo 4. Oder den Halo Installation 04. Den wir ja gezündet haben und der dabei draufging. Dann hat sich ja das Gate geschlossen und wir blieben zurück. Und wir treiben immer noch in dem All durch die Gegend mit Cortana. Und hier setzt dann Halo 4 ein. So, alles lassen wir so. Gucken mal die Schädel. Also erstmal Grund-Geburtstagsparty. Die muss ja stattfinden. Die ist undiskutabel. Nee. Kampfdialoge. Nee, nee. Ah nee, das fliehen würde ich manchmal auch mal ganz witzig. Ah nee, wir lassen mal den ganzen Rest. Ah, ich bin schon gespannt. Halo 4 mal wieder anzupacken. Jetzt beginnt ja quasi die Forerunner-Geschichte. Mit dem Didaktiker. Kleiner Spoiler. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das Spiel jetzt anpacke, nachdem ich die Forerunner-Trilogie gelesen habe. Bin ich gespannt, ob ich da noch ein bisschen was aus dem Gedächtnis zaubere. Los geht's. Erzählen Sie mir von den Kindern. Dr. Halsey. Sie wissen doch bereits alles. Sie haben sie entführt. Der kindliche Geist ist anfälliger für ideologischen Drillen. Ihre Körper sind anpassungsfähiger für verändernde Eingriffe. Das Resultat war der ultimative Soldat. Und gerade durch unsere Erfolge waren wir bereit, als die Allianz uns überfiel. Doktor, Sie wissen, dass Sie die Geschichte zu Ihrem Vorteil verdrehen. Sie entwickelten die Spartans, um menschliche Aufstände niederzuschlagen, nicht die Allianz. Als eine menschliche Welt nach der anderen fiel. Als meine Spartans das Einzige waren, das zwischen der Menschheit und ihrer Auslöschung stand. Da interessierte es niemanden, wofür sie ursprünglich geschaffen worden waren. Sie denken, dass Ihre Entscheidung letztendlich berechtigt war? Mein Wirken hat die Menschheit gerettet. Glauben Sie, dass Ihre fehlende Menschlichkeit den Spartans geholfen hat? Worauf wollen Sie hinaus? Die anderen vor Ihnen waren vom MND, aber Sie? Sie sind anders. Die Akten belegen, dass Spartans oft leicht soziopathische Züge zeigten. Schwierigkeiten mit der Sozialisierung und dem Sprach. Die Akten belegen effiziente Verhaltensweisen beim Einsatz in Gefahrssituationen. Ich habe die Werkzeuge für diese Effektivität zur Verfügung gestellt. Aber glauben Sie, dass der Master Chief deshalb Erfolg hatte, weil er tief in seinem Inneren zerrüttet war? Was hat John damit zu tun? Sie wollen ihn ersetzen? Der Master Chief ist tot. Den Akten zufolge wird er vermisst. Katharine. Spartans sterben nie. Ihr Fehler ist es, Spartans als Militärgerät anzusehen. Meine Spartans sind die nächste Stufe der Menschheit. Die Zukunft unserer Spezies. Unterschätzen Sie sie nicht. Vor allem aber... Unterschätzen Sie... ihn nicht. Wir sind noch nicht tot. Nö. Vier Jahre später. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Spartan 117 verfolgt das Allianz-Flaggschiff nach einem Angriff auf die Erde, erreicht die Halo-Installation 05 und findet sich mitten in einem Bürgerkrieg der Allianz wieder. 117 verhindert die Zündung des Rings und folgt der Allianz zurück zur Erde, auf der Suche nach einer Blutsväter-Einrichtung, die alle Halos der Galaxie aktivieren kann. Die Allianz erreicht die Erde und öffnet ein Portal zur Arche, einer außergalaktischen Blutsväter-Installation, die die Halos abfeuern kann. Spartan 117 verfolgt die Allianz mit einem kombinierten Allianz-UNSC-Team zur Arche, zerstört diese und verhindert so die Zündung der Ringe. Als Spartan 117 versucht an Bord der UNSC Forward Unto Dawn von der Arche zu entkommen, zerfällt das Hyperraum-Portal, welches das Schiff gerade passiert. Im hinteren Teil der Dawn begibt sich Spartan 117 in den Kryo-Schlaf und wartet auf Rettung durch UNSC-Kräfte. KI Cortana bleibt aktiviert, solange es technisch möglich ist. Ende der Eintragung. Ja, haben wir jetzt ja gesehen. Ich weiß jetzt, ich glaube, ich habe diese Art von Terminals, die gibt es ja wieder mal auch in jedem Level. Die habe ich damals aber, glaube ich, nicht überall gefunden. Ich habe es aber nur einmal durchgespielt. Und aktiv suchen werde ich sie jetzt auch nicht, außer mein Spürsinn tingelt und ich denke, oh, da könnte was sein. Bei dem hier hatte ich es nicht mehr aktiv gewusst, aber ich hatte so das Gefühl, hier, wenn wir entlanglaufen, hier unten könnte doch was sein. Also einfach, wenn man hier so entlanglauft. Ja, da ist orange Staubusch hin. Oh, aber hier gibt es eine Treppe. Erstmal die Treppe. Der typische Erkundungsdrang. Hier kann man nichts aktivieren. Ein bisschen kalt hier. Hier liegt Schnee. Wie lange war ich weg? Vier Jahre, sieben Monate, zehn Tage. Jemand hätte uns inzwischen finden müssen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Der Sprinten geht hier nicht mehr. Au. Das ist das. Sensoren-Scans. Ruhe Intensität. Stimmt mit keinem bekannten Muster überein. Wie weit noch bis zum Beobachtungs-Deck? Es ist direkt über uns. Hm. Hier ist nichts. Hm. Ein Planet. Und dessen Umlaufbahn wir geraten sind. Wenn ich mir das so angucke. Die Fahrstuhltüren sind verschlossen. Uff der Lader. Seien Sie vorsichtig. Au. Uff Fresse. Hoch da. Ja, was machst du da? Hier. Auf die Fresse. Ich dachte, wir hätten Waffenstillstand. In vier Jahren kann so einiges passieren. Allein war der sicher nicht. Seien wir vorsichtig. Was ist da los? Das war doch mal zufriedenstellend. Das war der letzte. Ich will keine Muni verschwinden für euch. Muni nur, wenn nötig. Oder will ich eine bessere Waffe haben als die hier? Überbrücken Sie die Schutzschilde, damit wir sehen, womit wir es zu tun haben. Hm. Ja, Moment. Erstmal umsehen. Ja, ich weiß, dass ich da wieder hoch muss. Manaten habe ich wohl, ja. Wasserpistolen möchte ich nicht. Oh. Ist es die gute? Ah, ich kann dem Zoom auch schießen. Ah, so ist es schon die etwas bessere. Was hattest du denn für eine Waffe, Kulisch? Ah, Karabine. Dann behalten wir mal den. Gute Nachricht. Die Allianzler sind nicht wie Soldaten ausgerüstet. Vielleicht sind es nur ein paar abtrünnige Schrottsammler. Oder wir sind mitten in eine ganze Allianzflotte geraten. What? Vielleicht haben sie uns nicht erkannt. Ah, unser Planet dahinten. Das ist eine Möglichkeit. Dieses. Okay. Okay. Ihr nehmt mal. Dann nehme ich doch lieber das. Besser ist das. Zack. Wir sind ein Jedi. Wir sind ein Jedi? Was? Was liebst du? Wir müssen von diesem Schiff. Wir haben größere Probleme. Ein Kreuzer ist auf Abfangkurs. Gehen Sie zu den Aufzügen. Sind die Waffensysteme laut Schiffsensoren nicht weiterhin online? Ja, aber die Waffenstationen sind unerreichbar, seit das Schiff auseinandergerissen wurde. Wir müssen sie manuell von der Außenhülle abfeuern. Aufzug fahren. So, wo kommen wir denn hier hin? Oh, was ist die Waffe da gerade alles selber gekillt? Hm. Plup, plup. Hey, hier liegt nix. Die haben ihre Schilde gesenkt. Falls sie die nicht hochfahren, wird die Rakete eine echte Überraschung für sie sein. Hm. Gut für uns. Okay. Ah, da ist nur einer. Plup. Pop, die Piñata. So. Hier liegt nix. Diese Allianz-Truppen scheinen noch fanatisch als früher zu sein. Religiöse Fanatiker? Kennen wir doch irgendwoher. Auf der Kopf, auf der Kopf. Wie weit noch zur Rakete? Wir sind fast da. Okay. Okay. Hopp, hopp, hopp. Immer schön in den Kopf. Das geht ja einfacher wie sonst. So. Haben wir nicht mehr so viel Schuss. Das ist belastend. Das ist belastend. Oh ja. Das ist doch gut. Die Reserveabschussstation sollte links hinter der Luftschleuse sein. Sie müssen den Raketenstart einleiten. Cortana. Ach nichts, erreichen Sie einfach die Abschussstation. Das hat sie nicht so gut in gehört, Cortana. Die vier Jahre sind anscheinend auch nicht ganz spurlos an dir vorbeigegangen. Okay, jetzt nix. Alles. Ja. Oh ja. Yes. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Was? Wo? Ja, nur Trudle. Irgendwie ist das hier einfacher wie ein Reach. Oder habe ich das einfach nur schwer in Erinnerung? Hm. Das hat mich auch mittlerweile einfach geübt, weil ich gerade alle Teile durchgespielt habe. Oder alle Teile, die davor waren. Wo war denn der? Da. Jetzt tot? Ja, sieht so aus. Wir haben langsam keine Muni mehr. Belastend. Liegt hier nicht noch irgendwo noch was rum? Du hattest doch auch. Nee, nur das ist das andere. Du nicht? Oder ist schon davon geflogen? Die Waffe ist schon davon geflogen. Nee, hier. Da, 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 da. Nee, das ist der Sturmkarabiner. Nicht der normale Karabiner. Hm. Blöd. Blöd, 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 blöd. Oder hier? Ah. Da war Muni. Aus dem Weg. Ach, hier habe ich auch noch. Ja, klar. Hier, direkt neben dem Ziel. Da liegt er. War ja klar. Großer Bomber. Lass uns die Schutzen überklemmt. Die Rakete braucht eine freie Schussbahn. Gehen Sie runter. Auf jeden Fall noch ich noch mal ein bisschen. Schwierig. Danke. Hättest du es nicht runter machen sollen? What? Ich habe mich übersehen. Dich hatte ich noch im Kopf. Oh, fuck. Okay, die Schläge von denen sind stärker als früher. Klasse, die Schutztür klemmt. Die Rakete braucht eine freie Schussbahn. Gehen Sie runter. Stop. Das war's. Das war's für heute. Komm nur, ey. Bäm! Ähm... Geh? Aber ist trotzdem noch einer rumfahren. Okay, doch nicht. Drücken, Junge! Das war's für heute. Da hat Boom gemacht. Wir wurden nicht von der Allianz gespielt. Nee, das ist anders. Können wir um den riesigen Metallplaneten? Ja klar. What the hell? Wir werden von einem Gravitationsrichter in den Planeten gezogen. Wir müssen uns bewegen. Sobald wir den Ereignishorizont überschreiten, zerreißt uns die Atmosphäre. Wo sind die nächsten Rekordkarten? Fahrzeugbucht, achten. Markiere die nächste Luftschleuse. Los! Woah, woah, woah. Woah, woah, woah. Gib Gas! Okay. 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 Wie nehm ich das noch mit? Ups. Ich wollte eigentlich noch gar nicht runterfallen. Ich wollte erst aufs Dom hübsen. Aber gut. Wir sind fast da! Oh, für den gibt es auch ne Animation. Uff. Festhalten! Ahhhh. Sind die Gravitationsrichter gefangen? Findest du die Rettungskapsel? Negativ! Achtung! Unangenehm! Autsch! Kann ich pausieren? Ja! Ich kann pausieren! Denn an dieser Stelle sage ich dir danke fürs Zusehen und ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr wisst, ja, like und subscribe und der Welt verteidigt. Und wenn ihr es noch nicht schon nichts getan habt, die Notation-Belle aktivieren. Das Youtube-Buzz, was ihr mir von uns sehen wollt. Sollt ihr euch Youtube nicht benachrichtigen, was so ein Whatsapp geht, gibt es auch den Twitter-Account von Dennis, den ihr in den Followern drücken könnt und einschicken könnt, dass alle 14 gezeigt werden. Wir sehen uns bis zur nächsten Folge. Ciao! Bis zum nächsten Mal!